Julius Zlowaki, Herr Pleyliwa gilt als einer der drei Baden der Nationaldichter Polens. Als einer der wichtigsten Vertreter der polnischen Romantik sowie als Vater des modernen polnischen Dramas. Seine bekanntesten Werke sind die beiden Dramenkordien und Baladyna sowie die beiden lyrischen Vers Eben Testament M.U.J. und Benjowski. Leben Julius Zlowaki wurde am 4. September 1809 in Kremienich als Teil einer polnisch-adligen Familie im Herr Pleyliwa geboren. Sein Vater Eusebius Zlowaki lehrte Rhetorik, Poesie. Polnische Sprache und Literaturgeschichte am Kremienich Lyceum besetzte seit 1811 den Lehrstuhl für Rhetorik und Poesie an der Kaiserlichen Universität in Wilna. Nach dem Studium an der Universität Wilna emigrierte er nach Paris und schuf dort seine großen Dramen und lyrischen Eben. Seine Werke weisen oft Elemente der slawischen Mythologie, der polnischen Geschichte, Mystik und des Orientalismus auf. Sein Schreibstil ist auch gekennzeichnet durch Verwendung des Neologismus und der Ironie. Sein literarisches Hauptgenre war das literarische Drama, aber er schrieb auch zahlreiche lyrische Vers Eben. Werke Testament M. J. W. Schwaikari Waclo M. J. W. Schwaikari